Hi, heute zeige ich euch mal die eine oder andere Sportübung. Denn wer kennt es nicht, man sitzt im Homeoffice und man bewegt sich sehr sehr wenig und selbst der Weg zur Arbeit und von der Arbeit wieder nach Hause zurück findet nicht statt. Die folgenden Übungen, die ich euch jetzt zeigen werde, mache ich täglich und nehme nur maximal zehn Minuten in Anspruch. Von daher, tu deinem Körper was Gutes. Oh 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 Rob Bis zum nächsten Mal.